Sprachsteuerung – am Beispiel des Samsung QLED TV Q9FN Sie möchten den Samsung QLED TV bequem per Sprache steuern? In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie die Sprachsteuerung des QLED TV nutzen. Zur Verwendung dieser Funktion muss der Fernseher mit dem Internet verbunden sein und Sie müssen den Nutzungsbedingungen für Smart Hub zustimmen. Mit den Navigationsfeldtasten der Samsung Smart Remote navigieren Sie innerhalb der jeweiligen Menüs. Mit der Eingabetaste bestätigen Sie Ihre Auswahl und nehmen Markierungen vor. Mit der Zurück-Taste verlassen Sie die laufende Anwendung oder das jeweilige Menü. Durch Drücken der Home-Taste rufen Sie den Smart Hub Startbildschirm auf. Halten Sie die Spracherkennungstaste der Samsung Smart Remote gedrückt. Sprechen Sie den gewünschten Befehl in das Mikrofon Schlafmodus in 30 Minuten und lassen Sie die Taste anschließend los. Der Fernseher schaltet sich nach der gewünschten Zeit aus. Sie möchten wissen, welche Befehle der Fernseher noch verstehen kann? Halten Sie die Spracherkennungstaste gedrückt und sprechen Sie Hilfe in das Mikrofon. Bestätigen Sie Anleitung zu Sprachbefehlen öffnen, um den Leitfaden für die Sprachinteraktion aufzurufen. Mit den Navigationsfeldtasten können Sie durch den Leitfaden navigieren. Bestätigen Sie das gewünschte Thema, um sich die jeweilige Befehlsliste im Detail anzeigen zu lassen. So finden Sie für viele Funktionen die passenden Sprachbefehle und können den Fernseher bequem per Spracheingabe steuern. Schauen Sie sich auf unsere anderen Hilfe-Videos zum Thema TV-Audio-Video an.